und ein ja und ja anstrengend heute ich bleibe gerade an und wir müssen erst mal aufstehen auch wenn das Wecker klingelt auch schon wir machen jetzt nur die Couch ordentlich wieder vorziehen damit er die Mauer hier hin kann gut die Kissen ein 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 hier achts schön Oh, beim Grand-On-Star. Oh, Elias. Felina, kannst du wieder halten? Ich will noch ein bisschen mit den Elias tanzen. Felina, ist doch jetzt egal. Es wird keine Tendo gespielt. Nein, so viel Cent. Komm jetzt einfach. Los, du hast jetzt mit den Cent. Felina, soll ich böse werden? Komm jetzt her. Ach, das macht mein Zweck. Felina. Felina, du tigst jetzt nicht. Komm. Felina. Los, keiner mehr arbeiten. Felina, du tigst jetzt mal wieder fahren. Felina. Felina. Felina, du tigst jetzt mal wieder. Wollt ihr das bei deinem Haus aus? Gut, dann werden wir jetzt gucken. Aha. Oh, Elia. Die gucken für ihn einfach so, wie sie ihr Haus aufbremst mit Oli. Ja, Oli muss jetzt nur raun. Ach, Mama. Ach so, das ist Tag 3. Tag 3, das ist nicht. Nein, Tag 3. Ja, Oli, wir raus. Komm, Oli, du setzt dich jetzt nicht auf die Couch mit deinem Tick-T-Shirt hier. Genau. Ja, Oli, komm, du da. So, Felina. Ich setze mal wieder ein schickes Band auf. Oh, das hat sehr selten sein. Da, Felina wird jetzt noch mal in Tanken. Ja, Oli will noch frei. Okay, Oli. Willst du mit den Bumpfen? Willst du mit den Bumpfen? Willst du mit den Bumpfen? Sie fragt ihn erst mal. Ja? Okay, Oli sagt ja. Womit kannst du ja nicht mal ein bisschen stimmen. Gut, wir lassen sie in Ruhe. Bei den geht's richtig ab. Jetzt fängt man hier. Selina. Na? Ist du fertig? Sie gucken mal, was jetzt schon ins Tor kommt. Hm. Ah, mach, 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 dein Ding. Guck mal weiter. Die Lochis. Regen, und die Antingen hat man jetzt gerade. Wartet ab. Nein, 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 nein. Das ist auf jeden Fall nicht. Nee. Genau, Selina Gomez. Selina. 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 Selina hat sich wehgetan. auch wenn ihr an die Kaut macht nicht mehr schlafen weil ich die aufrunden er muss nur die Kamera halten ja kreis ja kommt weiter ja 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 Lass uns die Kausch halten, Herr Felina. 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 3 in der Zeit noch ein bisschen er ist dann nach in der Nacht ja oder leider kommt auch kommen keine Schokieschnute gut um die Lärm in der gut nach die Karte ja ja die Wettbewerb der die Akte an die Partie macht ja endlich hauen